Wir brauchen eure Hilfe und Unterstützung. Nach vielen Gesprächen mit euch ist es endlich so weit. Wir nutzen die Pause, um dem Wunsch nach einer Renovation und dieser Neugestaltung nahe zu gehen. Wir entscheiden zusammen. Dann insieme heisst zusammen. Nutzen die Gelegenheit und macht mit. Der Pinsel ist bei uns, aber der Ball liegt bei euch. Wir brauchen eure Inspiration. Ein wichtiges Detail sind die Fensterräume bei uns im Treff. Ihr entscheidet mit. Weiss, Grau oder Beige. Die Farbe von unserem Treff wird ein erdiges Cappuccino-Braun. Bote und Wählen. Ihr könnt eure Kommentare unter unser Video posten. Dafür könnt ihr entweder das Wort von Farbe wählen oder ein Emoji. Für Weiss schreibt ihr das Wort Weiss oder ihr postet ein Schneemann. Für Grau schreibt ihr das Wort Grau oder schickt ein Maus. Für Beige schreibt ihr das Wort Beige oder ihr schickt uns ein Emoji. Abstimmen könnt ihr entweder via Kommentar unter unserem Videopost oder per E-Mail oder Telefon. Wir freuen uns. Abonniert FARMER COVERADE